Tag Nerds! Hier ist wieder euer Mindstalker, der Nerd von nebenan. In der heutigen Folge Nummer 33 spreche ich über Filme im Jahr 2021, MinMaxing und Diablo 4 Gedanken. Die Empfehlung der Woche ist heute eine Serie. Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier ist dein Gastgeber, mein Stalker. Demian und dem Martin eine kleine Discord-Trailer-Runde. Wir haben uns ein paar Trailer angeschaut und da bin ich über ein paar Perlen gestoßen, oder naja, über ein paar Filme gestoßen, wo ich ein bisschen was zu sagen möchte. Und vielleicht schubse ich euch ja auch ein bisschen in die Richtung dieser Filme. Denn es gab so ein paar Filme in der Trailer-Runde, die wir uns angeschaut hatten, wo ich mir gedacht habe, hm, die hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Oder da freue ich mich schon lange drauf und habe es schon mittlerweile wieder vergessen. Und ein Film war dabei, wo ich mir dachte, what? Der ist ja so weird, dass ich den auf jeden Fall sehen muss. Aber dazu gleich mehr. Der erste Film, über den ich mit euch ganz kurz sprechen möchte, wie gesagt, ich werde das jetzt relativ kurz halten. Denn der erste Film ist Dune, 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 der Wüstenplanet in der Neuverfilmung. Da freue ich mich sehr drauf. Ich mochte das Original und ich mochte auch die Bücher, das Buch. Ich weiß es gar nicht mehr. Waren das mehrere oder war das nur eins? Habe ich irgendwann auf jeden Fall mal angefangen zu lesen. Gefiel mir ganz gut. Dann habe ich aber irgendwann den Film gesehen und dann habe ich das irgendwie nicht beendet. Aber kann ich auf jeden Fall auch empfehlen von dem Teil, den ich bis jetzt angefangen hatte. Ja, Dune, der Wüstenplanet ist im Prinzip rivalisierende Familien, kämpfen und streiten um einen Planeten, auf dem es das sogenannte Spice gibt. Eine wertvolle Ressource, mit der man eine ganze Menge machen kann. Und ja, da ist quasi Krieg um diesen Planeten mehr oder weniger. Und ja, muss man glaube ich gar nicht so viel zu sagen. Die meisten von euch werden Dune wahrscheinlich kennen. Und ich freue mich sehr auf diese Neuverfilmung. Es ist ein relativ großes Star-Aufgebot, muss ich sagen. Und ich war sehr überrascht, welche Gesichter ich da alle jetzt so im Trailer nochmal gesehen habe. War mir gar nicht mehr so bewusst, wer da alles dabei ist. Zum Beispiel Jason Momoa hatte ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich sehr drauf und es scheint auf jeden Fall auch gut in die Neuzeit geholt worden zu sein. Auch wenn man den alten Film tatsächlich noch eigentlich ganz gut schauen kann, sind die Spezialeffekte doch mittlerweile nicht mehr ganz so lecker. Aber sie haben sich bemüht bei den Effekten, zum Beispiel bei diesem Energieschutzschild von Paul Atreides, den man im Trailer schon sehen konnte mehrfach. Bei dem Schutzschild, das haben sie echt gut übernommen. Also das wirkt sehr ähnlich und trotzdem sehr modern. Und hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie sie so andere Szenen umsetzen und wie sehr es dann tatsächlich am Original bleibt. Also ob die Szenen wirklich eins zu eins übertragen werden oder ob auch so ein bisschen im Schnitt modernisiert wird und in der Gestaltung und Aufmachung der Szenen. Da bin ich sehr gespannt. Das, was man bis jetzt so im Trailer sehen konnte, orientiert sich auf jeden Fall sehr stark am Original. Und von daher bin ich sehr neugierig auf den Film. Der zweite Film ist The Batman mit Robert Ich glitzere im Sonnenschein Pattinson. Der mittlerweile, muss ich sagen, ich war da viele Jahre auch sehr skeptisch, aber der mittlerweile ein sehr, sehr cooles, fernab von Twilight existierendes Portfolio am Start hat. Und ja, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von der deutschen Synchronstimme. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es im Original klingt. Ich habe gestern den deutschen Trailer gesehen. Ja, die Batman-Stimme hat mich jetzt noch nicht so überzeugt, aber daran soll es jetzt nicht scheitern, sage ich mal. Fand ich immer noch besser als dieses künstliche Ich bin Batman, sobald er in seinem Anzug steckt. Irgendwie das war ein bisschen sehr merkwürdig. Aber der Trailer an sich hat mich neugierig gemacht. Er wirkt düster, dunkel, verdorben. Und das ist ja auch so ein bisschen das, finde ich zumindest, wie Batman sein muss. Und von daher bin ich auch sehr gespannt auf diesen Film. Ja, drei Filme haben wir hier noch vor uns. Und ich muss sagen, dass der nächste Film einer ist. Ich glaube, das ist sogar der von der Liste, wo ich mich am meisten drauf freue aktuell. Und zwar The King's Man. Oder The King's Man in diesem Fall. Im Singular. Kings Man ist immer geil. Kings Man geht immer. Kings Man 1 und 2 mochte ich sehr. Und dieser neue Film, der erzählt quasi die Vor- bzw. Entstehungsgeschichte der Kings Man. Und das, was man da so im Trailer sehen konnte, oh shit. Ja, es ist natürlich vom Setting her in der Vergangenheit angesiedelt. Macht natürlich Sinn, wenn wir von der Entstehungsgeschichte sprechen. Und ja, es sind natürlich noch die Anfänge. Man kann jetzt nicht so dieses Riesenkonglomerat dahinter erwarten, wie es jetzt in der aktuellen Zeit war, mit international und keine Ahnung was. Aber ich glaube schon, dass wir dort auch die Ansätze sehen werden, dieser großen Vernetzung, die die Kings Man haben in den aktuellen zwei Filmen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie es umsetzen. Das, was man im Trailer sehen konnte, fand ich auf jeden Fall schon sehr ansprechend. Die Kämpfe sind da, wie man sie kennt. Der Humor ist da, wie man sie kennt. Aber trotzdem knallige, toughe Action. Und das ist eine Mischung, die mir schon in den ersten beiden Kings Man-Teilen sehr gut gefallen hat. So ein bisschen over the top immer, aber auf eine positive Art und Weise. Also nicht so krass lächerlich, aber sich selbst auch nicht zu ernst nehmend. und das Ganze in so einem etwas gesättigteren Setting zu haben, wo das Ganze erst entsteht und die sich wahrscheinlich auch erst mal in diesem ganzen Business so ein bisschen behaupten müssen, so könnte ich es mir zumindest vorstellen, ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache und da freue ich mich drauf. Also The Kings Man, Titel Nummer 3 in dieser kleinen Liste, die ich euch heute mitgebracht habe. Und der nächste Teil, wer mich kennt, dürft euch nicht überraschen. Der vierte Artikel in unserem Filme-Einkaufs-Gorb heißt Godzilla vs. Kong. Ich liebe die Monster-Wars-Filme. Ich mochte Godzilla 1 und King of Monsters. Den zweiten Teil mochte ich sehr. Ich mochte allerdings auch die King-Kong-Verfilmung von Peter Jackson, wobei ich jetzt Kong Skull Island noch mal deutlich cooler fand. Deutlich, deutlich besser umgesetzt. Ist natürlich auch ein paar Jahre später gekommen und unter anderen Voraussetzungen entstanden, sagen wir es mal so. Aber diese Monster-Wars-Geschichte soll ja jetzt massiv ausgebaut werden in den nächsten Jahren und Godzilla vs. Kong ist da der nächste Schritt. Der Trailer sah vielversprechend aus. Es gibt ja die ein oder andere Diskussion, ist das jetzt Mecha-Godzilla und keine Ahnung was. Aber das ist mir eigentlich egal, ehrlich gesagt. Und mir ist auch eigentlich egal, wer von beiden dann gewinnt oder ob jemand gewinnt und so weiter. Es gibt ja auch Spekulationen, dass nur Kong drinsteht, weil er sich das King in King Kong erst noch verdienen muss, indem er quasi Godzilla besiegt. Blablabla. Weil King Gojira, König der Monster und so weiter und dann King Kong und blablabla. Ihr wisst schon, worauf es hinausläuft. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich möchte einfach nur sehen, wie sich große Monster auf die Fresse hauen und wie die Städte zerstören und keine Ahnung was. Ich will einfach das Effektfeuerwerk sehen und dafür ist so ein Film genau das Richtige. Da habe ich keine Erwartungen irgendwie groß dran, außer, dass sich da ordentlich die Fresse poliert wird, es Explosionen gibt und umher fliegende Monster und Monsterteile und Spratz und Brrsch. Das brauche ich in so einem Film und der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Ich hoffe einfach, dass dieses Mädchen aus dem Trailer nicht so einen krassen Stellenwert hat, sondern dass es mehr so ein kleiner roter Faden ist, der uns so ein bisschen durch die Story führt. Aber dass das jetzt nicht so in jeder zweiten Szene vorkommt und ganz, ganz, ganz doll wichtig ist und so weiter, weil da hätte ich nicht so Bock drauf. Wäre mir aber auch egal, wenn der Rest dafür deutlich entschädigt. Ja, eine Szene, die mich in dem Trailer ein bisschen irritiert hat. Man sieht ja so ein bisschen, wie Kong auf dem Schiff abtransportiert wird und man sieht später, glaube ich, im Trailer oder irgendwann im Trailer auf jeden Fall eine Szene, wo er auf so einer Art Insel zu sein scheint und da auch noch irgendwelche komischen Monster Flutterviecher umherschleudert. Und da ist die Frage, ist das quasi zu Beginn, bevor er von der Insel abtransportiert wird oder es gibt auch Theorien, dass das quasi so ein bisschen diese hohle Erde und so weiter ist, wobei ich das ein bisschen sehr schwierig fände bei dem hellen Himmel und so weiter. Ich bin unentschlossen, ich bin aber auf jeden Fall neugierig drauf und möchte es herausfinden. Ich freue mich sehr. Godzilla vs. Kong, da kann ich es auch kaum noch abwarten. Und der nächste und damit letzte Teil in dieser Liste, das war so ein bisschen ein Überraschungsbonbon gestern, denn ich habe das einfach mal hinzugefügt in unsere Trailerbox, in unsere Trailerliste und wusste nicht genau, was mich da erwartet, sagen wir es mal so. Und das, und, ja, wie soll ich es sagen, es hat mich total überrascht, denn ich dachte erst, es wäre ein, ja, so eine Art Horror-Slasher-Film, irgendwie sowas in der Art, aber dann wurde es sehr schnell im Trailer Comedy-mäßig und total over the top, seltsam, übertrieben, merkwürdig. Ich kann da jetzt zu dem Trailer gar nicht mehr so viel zu erzählen, außer schaut ihn euch vielleicht einfach mal selber an, dann wisst ihr, was ich meine. Es ist definitiv kein Film, den ich mir zu irgendeinem Zeitpunkt im Kino angucken würde, aber so für zu Hause oder gerade mal so auf Netflix oder irgendwie so, finde ich, ist das, glaube ich, ein super witziger Film, also ich kann ihn mir richtig gut vorstellen, so ein bisschen ganz gemütlich, gechillt gucken, ohne große Erwartungen, einfach mal einen entspannten Abend haben mit dem Film. Der Film heißt Psycho Gore Man und also Psycho wie Psycho, Gore, G-O-R-E und Man wie M-A-N, ja, Man wie M-A-N, ja, das war sehr klug. Also Psycho Gore Man, schaut euch mal den Trailer an. Ich, ja, bin etwas irritiert, seitdem ich diesen Trailer gesehen habe, denn das war überhaupt nicht das, womit ich gerechnet habe, wie gesagt, aber es hat mich irgendwie positiv überrascht und abgeholt. Ich weiß nicht, während ich das gesehen habe, habe ich gestern schon im Discord gesagt, hatte ich so ein bisschen die alten Power Ranger Vibes. So vom Charakterdesign und dem Stil des Trailers her irgendwie, also irgendwie schrie es so ein bisschen Power Rangers. Aber, ja, keine Ahnung. Schaut es euch einfach mal an. Psycho Gore Man, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ansonsten kann ich vielleicht zum Thema Filme einfach kurz mal reinwerfen, dass mir Kinos aktuell nicht wirklich fehlen, muss ich sagen. Ich bin generell nicht so der übermäßige Kinogänger. Mag es schon hier und da mal im Kino zu sein, aber muss sagen, das hat in den letzten Jahren auch schon vor Corona massiv nachgelassen. Es macht mir einfach nicht mehr so viel Spaß. Eine lange Fahrt bis ins nächste vernünftige Kino, überteuerte Preise bezahlen. Ich sage mal, wenn man einen kleinen Snack noch dazu nimmt, irgendwie zahlt man um die 30 Euro schon irgendwie und, ja, es ist irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich vermisse es im Moment nicht. Es ist natürlich toll und es wäre natürlich auch toll, wenn die Kinos nicht aussterben. Aber ich glaube, der Trend geht irgendwie so ein bisschen anders hin. Ich glaube, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis Kinos komplett abgelöst werden durch irgendwas anderes. Aber im Moment ist es noch ein durchaus praktikables Modell, losgelöst von Corona natürlich. Das glaube ich auch sehr, sehr viele von euch noch genießen und das ist auch schön. Ich genieße es auch hier und da, wie gesagt mal. Aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass das einer der Punkte ist, die ich jetzt seit Corona komplett vermissen würde. Das muss ich jetzt nicht sagen. Aber sagt mir doch mal und das gerne auch über Social Media oder das Feedback-Formular auf mindcast.letscast.fm Was sind eure Filmtipps für 2021? Habt ihr schon irgendwelche Trailer erspäht oder von irgendwelchen Filmen gehört, die euch ganz neugierig aufhorchen lassen? Oder habt ihr vielleicht noch so ein paar Perlen aus 2020, die ich eventuell komplett verpasst habe und die ich vielleicht nochmal nachholen sollte? Teilt es mir gerne mit. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich weiß, dass unter den Zuhörern auf jeden Fall einige Filmfans sind. Von daher bin ich gespannt drauf, was ihr da zu sagen habt. Ganz speziell natürlich eure Filmtipps für 2021. Aber wie gesagt, so vielleicht die ein oder andere Perle aus 2020, die so komplett in diesem stressigen Jahr in einem vorübergezogen ist, da wäre ich vielleicht auch ganz dankbar drüber. Ja, doch, doch, ja, doch, doch, da wäre ich dankbar. Also Filme kann man ja nie genug haben. Unser Blu-Ray-Regal platzt auch aus allen Nähten gefühlt. Aber ich habe so das Gefühl, dass da vielleicht noch die ein oder andere Perle existieren könnte. Kommen wir nun zu Thema Nummer 2. Es geht heute nämlich auch noch um das Thema Min-Maxing. Was zur Hölle ist Min-Maxing? Fragt sich jetzt der ein oder andere vielleicht. Min-Maxing ist die Kunst, aus wenig viel zu machen, würde ich sagen. Und das meist ohne Rücksicht auf Verluste. So zumindest meine Erfahrung. Ich nehme da jetzt einfach mal das Beispiel Pen-and-Paper-Rollenspiel. Wenn man dort Min-Maxing betreibt, dann fängt das in der Charaktererstellung an. Man überlegt sich, welches sind jetzt die besten Werte für mich? Welche Talente optimieren meinen Charakter jetzt so, dass ich eigentlich die eierlegende Wollmilchsau bin und eigentlich gar nicht mehr schlecht würfeln kann? So, das wäre so ganz klassisches Min-Maxing im Pen-and-Paper-Bereich oder auch die Rasse für meinen Charakter wählen oder das Volk für meinen Charakter wählen, dass mir da nochmal einen Bonus auf die Fähigkeit gibt, die ich sowieso oft nutze. Und so, also nicht zu überlegen, charakterorientiert so, oder rollenspielorientiert, ja, wie stelle ich mir den Charakter vor? Wie wäre er wohl? Was könnte er wohl gut können? Was könnte er wohl nicht so gut können? Sondern einfach gucken, das meiste rauszuholen. Das ist dann Min-Maxing. Im klassischen Rollenspiel, sagen wir mal jetzt am PC zum Beispiel, geht das natürlich auch, ja, die besten, stärksten, übermächtigsten Talente nehmen, die Skills miteinander kombinieren, die die beste Synergie bieten und, 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 und. Und ja, gerade im Rollenspiel, sei es jetzt Pen-and-Paper oder am Computer, gerät der Charakter irgendwie in den Hintergrund, sehr schnell. Und dieses Rollenspiel an sich wird mehr zum Spiel als zum Rollenspiel. Und, ja, es läuft dann irgendwann darauf hinaus, dass man irgendwann immer der übelste Motherfucker ist und einem eigentlich nichts mehr was anhaben kann. Ich verstehe das bis zu einem gewissen Punkt, weil es soll ja auch Spaß machen und stark und mächtig sein, macht nun mal Spaß. Aber wieso muss für Spaß alles easy und problemlos sein? Ist so eine Frage, die ich mir stelle. Ich persönlich sehe zum Beispiel auch ein bisschen die Herausforderung in manchen Situationen als Spaß. Nicht immer direkt eine Lösung parat zu haben. Nicht immer auch in der Lage zu sein, etwas zu lösen, sondern vielleicht auch einen kreativen, anderen Lösungsweg zu suchen. Und auch das Suchen kann dann wieder im Rollenspielbereich zum Beispiel für ganz neue Abenteuer sorgen. Und ich sehe es tatsächlich im Rollenspiel eher so als Chance. Als Chance fürs Rollenspiel und für die eigene Charakterentwicklung. Man wächst ja auch an den Herausforderungen, sagt man. Und wie stark wächst man, wenn man gar keine Herausforderung hat, ist so eine Frage, die man sich stellen kann. Also ich mag es auch. Also wer mich kennt oder wer mit mir schon mal Multiplayerspiele gespielt hat oder so, der weiß das. Ich mag gerade auch in Spielen eine gewisse Effizienz. Genieße es aber irgendwie auch dann doch, wenn es Systeme gibt, die mir nicht von vornherein den ultimativen Weg ermöglichen, sondern so ein bisschen Hirnschmalz erfordern, sage ich mal. Auf der anderen Seite mag ich es natürlich auch, ganz klar auch mal übermächtig zu sein. Oder ab einem gewissen Punkt auch einfach super stark zu sein in solchen Spielen oder Situationen. Also ich kann das irgendwie verstehen. Bei mir ist es aber so, dass dann sehr schnell der Reiz auch nachlässt, weil man nicht mehr so diese Herausforderung hat, an der man sich nach oben ziehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen lässt da, wie gesagt, der Reiz sehr schnell für mich nach dann. Beispiel Dark Souls ist zum Beispiel auch so ein Ding. Es gibt total krasse Skillungen, Builds, Itemkombinationen und so weiter, die super viel Spaß machen. Gerade auch oft den Einstieg ins Spiel total erleichtern oder schwierige Bosskämpfe vereinfachen und so weiter. Aber verringern irgendwie dann doch super schnell den Spielspaß, wenn das Spiel dadurch zu einfach wird, was halt oft der Fall ist bei solchen Sachen. Und speziell in einem Spiel, das sehr von der Herausforderung als solchen lebt, ist es natürlich schwierig. Man muss sich natürlich auch nicht künstlich beschneiden in den Fähigkeiten. Das heißt absichtlich die schlechtesten Sachen nehmen und so weiter. Aber ich finde immer so eine gewisse Ausgewogenheit sollte irgendwie da sein. Und durch starke Vorteile sollte man auch irgendwie immer größere Nachteile erhalten auf der einen oder anderen. Ja, auf die eine oder andere Art und Weise einfach irgendwie. Es muss nicht immer direkt der komplette Gegenpol sein, der dann auch mit reinkommt. Aber man sollte irgendwie, ja, einfach was als Nachteil miterleben. Also Beispiel Dark Souls zum Beispiel. Einfach nochmal super starke, krasse Rüstung tragen. Macht dann einfach ein bisschen langsamer, ein bisschen schwerer, sag ich mal. Ja, sowas zum Beispiel. Das passt dann eigentlich ganz gut. Da muss ich mir halt überlegen. Will ich krass viel aushalten, wenn ich Schläge kassiere oder versuche ich einfach den Schlägen direkt auszuweichen und bin dafür flexibler? Das ist halt so eine Sache. Muss sich jeder selbst überlegen. Meine Gedanken dazu kennt ihr schon. Ich bin gespannt auf eure Gedanken dazu. Ja, das letzte Thema für heute ist ein Thema, das mich jetzt auch am Wochenende wieder ein bisschen mehr beschäftigt hat. Und zwar die Action-RPGs im Speziellen. Also ich spiele jetzt wieder Path of Exile, die aktuelle Liga, recht intensiv die letzten zwei, drei Tage. Und da sind meine Gedanken natürlich auch mal wieder so ein bisschen in Diablo 4 abgeschweift. Und ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Und zwar, was ist für mich persönlich oder meiner Meinung nach auch für die breite Masse entscheidend, wenn Diablo 4 released wird? Das scheint ja noch eine Weile zu dauern. Aber was wäre denn wichtig? Und ich glaube, für den Release entscheidend sind so ein paar Punkte. Das sind zum größten Teil meine persönlichen Hoffnungen, weil das für mich Punkte sind, die das Spiel sehr schnell sehr uninteressant für mich machen könnten. Von daher hoffe ich, dass sie in die Richtung gehen, wie ich es mir vorstelle und erhoffe. Ganz wichtig, das Loot-System. Dass die wissen, wie man ein Loot-System macht, das einen motiviert, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Wichtig ist, dass es nicht wie bei Diablo 3 am Anfang wird, und das werden sie sich in jede Bürowand gemeißelt haben, dass das Loot-System nicht so verkorkst ist, wie in Diablo 3 zu Beginn. Es muss in halbwegs regelmäßigen Abständen irgendwas für mich droppen, was mich in diese Loot-Spirale zieht. Das bringt nichts, wenn die krassesten Items droppen, ich sie aber nicht benutzen kann oder sie überhaupt nicht für meine Charakterklasse sind, oder, oder, oder. Und das war bei Diablo 3 zu Beginn immens stark und oft das Problem. Gut, das ist also die eine Hoffnung. Die andere Hoffnung, und da mache ich mir auch weniger Sorgen, ich hoffe es einfach nur sehr, dass es so wird, ich brauche diese Wucht beim Kämpfen. Also wenn so ein Barbar springt, dann muss ich in den Boden schmettert, und, ja, also man muss diese Wucht fühlen. Das ist was, was bei Diablo, finde ich, sehr viel beim Kampfsystem ausmacht. Bei Diablo 3 hatten sie das weitestgehend sehr gut hingekriegt. Und darüber hinaus hoffe ich, dass das ganze System, also das ganze Gameplay an sich, wieder nach der altbewährten Blizzard-Formel läuft. Easy to learn, hard to master. Das heißt, dass die Spielerschaft auch relativ groß sein wird. Pass of Exile schreckt viele ab, wenn sie spätestens den Talentbaum sehen beim ersten Level ab. Ich hoffe, dass es hier easy to learn, hard to master wird, aber mit mehr Komplexität nach hinten raus, als es in Diablo 3 der Fall war. Also zum Beispiel auch gerne, dass auf Max-Level nochmal ein alternativer Talentbaum freigeschaltet wird für Paragon-Talente oder irgendwie sowas, wo man sich noch individualisieren kann und wo es gerne ein bisschen komplexer werden kann. Von mir aus auch erst ab Max-Level zumindest irgendwo nach hinten raus mehr Komplexität. Dass man Zeit hat, easy reinzukommen, aber dass es nach hinten raus wirklich ein bisschen vielfältiger auch wird. Nicht unbedingt nur komplexer, sondern auch vielfältiger. Ich brauche Möglichkeiten, in solchen Spielen mich zu individualisieren, das Spiel an meinen Spielstil anzupassen. Das ist das, was mich lange an solchen Spielen hält. Und ich glaube, vielen von euch geht es da genauso. Ganz wichtig, meiner Meinung nach, ein Social-System, das heißt sowas wie eine Gilde, eine Community oder so wie in Diablo 3 zum Beispiel. Sowas muss auf jeden Fall rein. Gehe ich aber mal durch die zwangsläufige Battle.net-Anbindung sowieso von aus. Bei Diablo 3 haben sie es ja auch eingeführt, nachträglich. Da gehe ich sehr stark davon aus, dass sowas drin sein wird. Ich habe mich jetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, schon lange nicht mehr über Diablo 4 informiert. Ich weiß nicht, wie da so der aktuelle Stand ist, wann da so die letzten Neuigkeiten gekommen sind. Ich versuche, mich nicht zu sehr daran lang zu hangeln, weil dann wird immer der Schmerz groß, wenn ich merke, oh, das dauert noch eine ganze Weile. Ja, was es noch geben sollte, meiner Meinung nach, Erfolge. Schlicht und einfach Achievements, die man erreichen kann durch bestimmte Dinge. Irgendeine kleine Plakette, die aufploppt, sobald man gewisse Dinge erreicht. Immer schön, immer toll, Sachen, die man komplett ignorieren kann, aber Sachen, für die einzelne Spieler eine gewisse Langzeitmotivation entwickeln. und die dann auch die Spielerschaft ein bisschen bei der Stange halten kann. Gerne auch so ein paar richtig schwierige, kaum erreichbare, wo man sich so ein bisschen die Zähne dran ausbeißen kann. Was ich immer sehr gerne mag, sind zum Beispiel so Herausforderungen, Bosse unter bestimmten Voraussetzungen töten. Keine Ahnung, töte den Endboss des Spiels, während du weniger als 5% deiner Lebenspunkte hast. Oder heile dich nicht ein einziges Mal während eines Aktes. Oder, oder, oder. Also, sonstige Späße einfach. Oder werde während eines Bosskampfs nicht von ihm verletzt. Oder irgendwie solche Sachen. Darf man da gerne ruhig einbauen irgendwie. Nicht mit irgendeinem, also es muss nicht mal mit irgendwelchen spielrelevanten Belohnungen verbunden sein. Wäre natürlich auch ganz cool, wenn man dadurch vielleicht so ein bisschen Farm-Items oder so reduzieren kann, die man sonst in Dauerschleife farmen müsste. Vielleicht so Crafting-Material oder so. Ähm, I'm-looking-at-you-Atem des Todes. Äh, ja, vielleicht irgendwie sowas. Das fände ich ganz cool. Ganz, ganz wichtig. Wenn sie Seasons einbauen, wovon ich sehr stark ausgehe, müssen sie abwechslungsreich sein. Und sie müssen verflixt nochmal auch abwechslungsreich bleiben. Nehmt euch da bitte, liebe Leute von Blizzard, ein Beispiel an Path of Exile. Jede Season, alle paar Monate, fügt ein neues Gameplay-Element an. Irgendeine Art Nebenbeschäftigung, Minigame oder sonst irgendwas. Und sobald die Season vorbei ist, geht das einfach in das Hauptspiel über. Das Spiel wird immer größer und immer komplexer nach hinten raus. Aber wenn du neu anfängst, wirst du da ganz langsam reingeführt. Das erste Mal, wo du bestimmten Mechaniken begegnest, zum Beispiel ein Haar, der Bestienmeister, der begegnet dir erst ab einem gewissen Akt. Das heißt, es wird nach und nach freigeschaltet sozusagen. Das heißt, selbst wenn das immer komplexer wird, wirst du nicht von Anfang an damit zugeschissen. Und das ist gut. Eine weitere Bitte, baut bitte wieder sowas ein wie den Abenteuermodus. Zwingt uns bitte nicht dazu, mit jedem Charakter die Kampagne durchzuspielen. In Path of Exile funktioniert das tatsächlich ganz gut. Das hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen, dass das Kampagnen-Modell und das Level-Modell ein bisschen ein anderes ist, als es zu Beginn in Diablo 3 gewesen ist. Findet da bitte einen guten Weg und zwingt uns bitte nicht, mit jedem Charakter komplett dieses Ding durchzuballern. Es sei denn, es ist ähnlich gemacht wie in Path of Exile. Aber auch dort würde ich mir einen sofortigen Abenteuermodus wünschen. Weil irgendwann, selbst wenn da neue Akte dazukommen mit einem Patch und keine Ahnung was, ist es doch so, irgendwann ist es öde. Ich hätte zumindest gerne die Option, den Quatsch zu überspringen und ab Level 1 in irgendeinem Nebenbeschäftigungsding zu spielen. Irgendwie Low-Level-Maps oder wie auch immer. Kopfgelder und so ein Krams. Baut es bitte irgendwie ein, es wäre toll. Es wäre wirklich toll. Nehmt euch auf jeden Fall ein Beispiel daran, was Path of Exile macht. Von mir ist auch mit so einem In-Game-Shop, solange es keine Gameplay entscheidenden Dinge sind, baut sowas gerne ein. Das Spiel finanziert sich wunderbar darüber, Path of Exile. Von daher, macht es ruhig. Auch gerne ruhig, Paid DLC. Bitte kein Day-One-DLC, wo man schon sagt, okay, der war schon da, warum baut es nicht gleich ein. Wenn er schon da ist, kündigt es einfach nicht schon an. Gebt es ein paar Monate später raus. Nach zwei, drei Monaten erster DLC irgendwie irgendwas Cooles. Macht es ruhig. Traut es euch. Die Leute werden, wenn es gut gemacht ist, auch bereit sein, das Geld dafür auszugeben. Plant bitte, bitte, bitte auch Content-Erweiterungen ein. Nach hinten raus. Erweitert die Story. Erweitert die Akte. Erweitert den kompletten Inhalt. Erweitert es einfach. Überlegt euch sehr gut, ob ihr nach hinten raus ein, zwei neue Klassen hinzufügt. Macht es. Aber macht bitte nicht so eine Katastrophe, wie mit dem Necromancer DLC, wie bei Diablo 3. Das kam ja mehr so mittelprächtig an. Naja. Also, das sind meine Gedanken zu Diablo 4 aktuell. Ich bin sehr gespannt, was sie dann letzten Endes draus machen und wann es vor allen Dingen letzten Endes auch kommt. Da darf man ja noch gespannt sein. Da gibt es ja noch keine genauen Infos zu. Kommen wir nun ganz kurz und knackig zur Empfehlung der Woche. Ich möchte euch heute eine Serie auf Amazon Prime Video empfehlen oder Amazon Video. Und zwar heißt sie The Night Manager. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da schon irgendwo drüber gesprochen habe. Ich meine auch hier im Mindcast. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ganz ehrlich. Langsam verfließen so die Grenzen. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Ich hoffe es zumindest, dass ich es noch nicht als Empfehlung der Woche hatte. Ich sollte mir da echt mal eine Liste machen, was ich schon alles empfohlen habe irgendwie. Das wäre ein kluges Ding, was ich mal demnächst angehen werde. Ähm, The Night Manager. Das ist eine Serie, wie gesagt, auf Amazon Video. Kam 2016 und hat zwei sehr coole Schauspieler, die ich sehr schätze, in den Hauptrollen. Und zwar Tom Hiddleston, bekannt als Loki aus den Avengers Filmen oder aus dem MCU. Und Hugh Laurie, bekannt als Dr. House. Und Tom Hiddleston wird hier quasi vom Nachtportier zum Top-Spion und wird in die Organisation von Hugh Laurie eingeschleust. Und das Ganze besteht so ein bisschen aus Machtspielen, Intrigen und einer Portion Action auch. Das Ganze ist so ein bisschen, ich würde sagen, ein Action-Thriller als Serie. So würde ich es, glaube ich, bezeichnen. Ja, ich glaube, das kommt gut hin. Hat aktuell eine Staffel mit acht Folgen a 40 Minuten. Kann man also ganz entspannt mal in zwei, drei Tagen weggucken. Kann ich nur empfehlen. Und mir hat es sehr gefallen. Ich habe es damals geguckt, als es neu war. Es ist jetzt bei mir wieder in der Empfehlung irgendwie aufgetaucht. Deswegen kam ich da wieder drauf und dachte mir, hey, die hat mir sehr gut gefallen. Es war so eine nette Mischung aus irgendwie Altbekanntem, was man durchaus erwarten würde. Und so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, ha, hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Keine krassen Wendungen oder so. Aber ich fand es sehr angenehm. Also wie gesagt, acht Folgen a 40 Minuten. Kann man mal ganz entspannt wegsnacken auf dem Sofa. Kann ich nur empfehlen. Und von daher schaut doch einfach mal rein. Und wenn ihr vielleicht ein, zwei Folgen geschaut habt, teilt mir doch mal mit, was ihr davon haltet. Ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich nämlich natürlich auch immer drüber zu wissen, ob ihr meine Empfehlungen der Woche mal ausprobiert habt und wie sie euch dann tatsächlich auch gefallen haben. Wenn ihr vielleicht euch auch mal eine Empfehlung der Woche aus einer bestimmten Kategorie wünscht, Serie, YouTube-Kanäle, Musik, Mobile Games oder was auch immer Software, um XY zu tun. Immer her damit, mit solchen Wünschen. Ich habe da ein großes Repertoire an Dingen, die ich nutze oder schon genutzt habe. Von daher wünscht euch ruhig gerne was. Ich bin da sehr offen für und da findet sich bestimmt etwas, um auch dich glücklich zu machen mit der Empfehlung der Woche. Das war sie auch schon wieder. Eure Dosis Mindcast für heute. Ich bin Mindstalker, der Nerd von nebenan. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Lebt lang und in Frieden. Das war sie auch schon wieder. Das war sie auch schon wieder. Das war sie auch schon wieder. Vielen Dank.